Zwei Klassenjustiz in Deutschland, das kennen wir schon lange, aber dass Vergewaltiger frei auf der Straße herumlaufen, eine Bewährungsstrafe bekommen haben und Kritiker im Netz, die einfach das kommentiert haben, jetzt wegen Hasspostings in den Arrest geschickt werden. Das ist wirklich so passiert. Heute kam das Urteil in Hamburg. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. So, Hamburg kommt nicht zur Ruhe. Es geht hier um die große Vergewaltigung im Stadtpark. Damals haben fast ein Dutzend Männer, eine Jugendliche, eine 15-Jährige vergewaltigt. Sie haben das Opfer ausgenutzt. Es war betrunken, es war hilflos. Es gab diverse sexuelle Handlungen, die man an ihr ausgeführt hat. Der Prozess, er hat sich lange hingeschleppt. Drei Jahre später, im vergangenen November 23, gab es dann ein Urteil. Einer wurde freigesprochen, einer musste ins Gefängnis gehen, zwei Jahre und neun Monate. Und die anderen Strafen zwischen einem und zwei Jahren nach Jugendstrafrecht wurden selbstverständlich zur Bewährung ausgesetzt. Diese Vergewaltiger sind in Hamburg auf freiem Fuß. Sie sind Teil der Gesellschaft von Hamburg. Sie bereichern die Gesellschaft in Hamburg. Sie machen Hamburg bunter, bin ich mir ganz sicher. Und es gab damals bei dem Vorfall im Internet eine junge Frau, die einen der Verdächtigen über WhatsApp massiv beschimpft hat. Und für diese Beschimpfungen wird sie jetzt ein Wochenende lang in Jugendarrest geschickt. Sie hat folgendes gesagt, Zitat, also sie hat ihn beleidigt mit den Worten, Zitat, ehrloses Vergewaltigerschwein und Zitat, ekelhafte Missgebund. Das in Verbindung mit jemandem, der eine Gruppenvergewaltigung an einem Minderjährigen begangen hat, ist in meinen Augen absolut gerechtfertigt als Meinungsäußerung. Wo man da eine Beleidigung sehen soll, ja, das sind die Paragrafenreiter, die Superjuristen aus Hamburg. Es gibt 140 solcher Ermittlungsverfahren. Es gibt auch eine riesige Welle des Hasses im Netz gegen die vorsitzende Richterin. Und da muss man sich nur mal an den Kopf greifen. Für diese Beleidigung hier, ja, wenn sie denn mutmaßlich wirklich eine Beleidigung ist, stehen bis zu drei Jahre Haft, ja. Auf Vergewaltigung stehen einige Jahre mehr Haft und man verurteilt sie hier so und setzt die Strafe zur Bewährung aus. Ich bin klipp und klar der felsenfesten Überzeugung, dass wir bei Sexualdelikten Bewährung per Gesetz ausschließen müssen. Genauso wie wir bei Körperverletzungen, also bei Messerdelikten, Bewährung ausschließen müssen. Diese Leute müssen ins Gefängnis. Ja, bin ich der felsenfesten Überzeugung. Aber jetzt hier eine 20-jährige Hamburgerin, die mutmaßlich selbst bedroht ist durch die erodierte öffentliche Sicherheit, zu verurteilen und ein Wochenende in Jugendarrest zu schicken und die anderen sind auf Bewährung frei. Ja, wer verhöhnt jetzt diesen Staat? Wer delegitimiert sich hier selbst? Es ist die Stadt Hamburg und die Stadt Hamburg ist im bundesweiten Durchschnitt die Stadt mit den meisten Urteilen nach Jugendstrafrecht, mit den meisten Urteilen am unteren Ende des Strafrahmens und mit den meisten zur Bewährung ausgesetzten Strafen. Denke ich mir alles nicht aus, alles Fakten, könnt ihr alles nachlesen, einfach googeln, ihr findet das in 1-2 Minuten. Und es sind noch weitere 140 Verfahren anhängig, weil hier jemanden einen erwiesenermaßen verurteilten Vergewaltiger beleidigt haben soll. Also, Täter-Opfer-Umkehr ist in Hamburg wohl gängiges Spiel, aber wer hat uns verraten, es sind die Sozialdemokraten. Sie werden in allen Städten schon noch sehen, was sie davon haben. Thüringen wird jetzt den Anfang machen. Die Grünen sind schon unter 5% für die Umfrage zur Landtagswahl. Die SPD ist knapp davor, unter die 5% zu fallen und meiner Meinung nach zu Recht. Wer so etwas zulässt, wer so etwas toleriert, wer solch eine Zwei-Klassen-Justiz hier vollzieht und nie, ich habe dafür kein Verständnis. Und ich wette, ihr habt dafür auch kein Verständnis. Kommentiert das mal unter diesem Video. Sag mir unbedingt deine Meinung, wie du es hier findest, dass eine 20-Jährige wegen Hass-Postings jetzt in den Jugendarrest muss, weil sie ein paar deutliche Worte über Gruppenvergewaltiger gefunden hat. Und ich habe für solche Leute nichts übrig, nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. Ich würde selbst eine Kakelake für die mehr übrig haben als für solche Subjekte. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich wette, ihr stimmt mir in dieser Hinsicht hier zu. Schreibt mir das unter dieses Video. Abonniere den Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal und dann schauen wir mal, wie der Abend noch so wird. Es sind Randale für Stuttgart angemeldet. Ich bin mal gespannt, ob es hier zu Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ungarischen Fans kommt oder ob das die Angst vom ungarischen Mann ist und man hier endlich friedlich einfach nur ein Spiel feiert. Es bleibt spannend den ganzen Abend über. Ich bleibe dran. Damit bis bald.